Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befähle ich mich in Frankfurt und Sonnenabend. Deutscher Bankpark von Eintracht Frankfurt, früher als Commerzbankpark, also Arena gegründet. Es ist ein glückliches Stadion und dieses Jahr spielen die da auf UEFA Euro 24, also EM, da spielen die auch da. Und ja, wir sehen uns noch gleich da vorne. Und an dem Zaun, wo es alles verdeckt ist, ist da glaube ich das Trainingsgelände da vorne. So, hier einer von woanders rum. Ja, auch alles verschlossen hier. Ja, also wie ihr wisst, EM spielen auch da dieses Jahr. Und ja, wir sehen uns beim nächsten. Ja, hier ist das Garage, Stadion Tunnel 4. Und ja, hier ist noch ein Fanmobil von Eintracht Frankfurt. Und ja, sieht krass aus. Ja, hier ist der Flugzeug. Und ja, hier ist auch noch was da oben steht. Ja. So, hier ist auch noch was. Hier ist noch was. Ja. Das war's eigentlich. Und ja, das war's hier von Frankfurt. Haut rein. Ja. 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 Ja.